Tottenham Hotspur empfängt am heutigen Sonntag, den 13. Januar, Manchester United. Damit kommt es in der Premier League zum nächsten Topspiel. Bei Spox bekommt ihr alle Informationen zum Spiel und wo ihr die Partie verfolgen könnt. Seitdem sich Ole Gunnar Solskjaer am 19. Dezember bei Manchester United im Amt befindet gewannen die Red Devils alle fünf Spiele unter dem norwegischen Interimstrainer, darunter auch vier Siege in der Premier League. Trotzdem steht United nur auf dem sechsten Tabellenplatz. Auf Gegner Tottenham, das auf Platz drei steht, sind es stolze 10-Punkte-Rückstand. Die Spurs befinden sich ebenfalls in einer guten Form. Das Team von Maurizio Pochettino gewann zuletzt 1 zu 0 im Halbfinale des League Cup gegen den FC Chelsea. Aktuell hat Tottenham in der Liga sechs Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool. Tottenham Hotspur gegen Manchester United. Wo und wann findet das Spiel statt? Die Partie zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United findet am heutigen Sonntag um 17.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Wembley-Stadion. Das neue Stadion an der White Hart Lane ist weiterhin noch nicht fertig. Die Spurs wollten ursprünglich seit September 2018 dort spielen. Ich möchte mich bei unseren Fans entschuldigen und mich für die anhaltende Geduld bedanken, sagte Spurs-Boss Daniel Levy und kündigte weitere Informationen für die kommenden zwei bis drei Wochen an. Spurs gegen United heute live im TV-Livestream und live-dicker das Top-Spiel am 22. Spieltag der Premier League wird live und exklusiv um 17.30 Uhr auf der ZN gezeigt. Der Streaming-Dienst kostet 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Wer noch kein Abonnement besitzt, kann sich hier 30 kostenlose Tage sichern. Die Übertragung startet bereits um 17.15 Uhr. Moderator, Tobi Warnschafe-Kommentator, Marco Hagemann-Experte, Moritz Wolz neben der Premier League zeigt die AZN-Spitzensport aus zahlreichen europäischen Ligen, Darts und US-Sport. Falls ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel live zu sehen, bietet euch Sparks einen ausführlichen Live-Ticker an. Tottenham Hotspur gegen Manchester United Die voraussichtlichen Aufstellungen Tottenham, Lloris, Trippier, Sanchez, Alderweirel, Rose, Sissoko, Wings, Eriksen, San, Ali, Can United, De Gea, Valencia, Linde, Löw, Jones, Show, Herrera, Matic, Marta, Poppa, Rashford, Lukaku, Tottenham Hotspur, Manchester United Die vergangenen Duelle des Spurs ließen Manchester United im Hinspiel keine Chance. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielten Harry Kane und Lukas, der gleich doppeltraff, für Tottenham beim 3 zu 0 die Tore. Punkt. Datum Wettbewerb Heimauswärts Ergebnis 27. August 2018 Premier League Manchester United Tottenham Hotspur 0-321.04.2018 Fahrt Cup Manchester United Tottenham Hotspur 2-131.01.2018 Premier League Tottenham Hotspur Manchester United 2-0-2-8-10.2018 Premier League Manchester United Tottenham Hotspur 1-2 Manchester United Tottenham Hotspur